hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von topspin 2k 25 würde ich normalerweise sagen ja und dann würde es weitergehen mit der karriere aber ich habe mir heute eine sonderfolge überlegt ja wohl heute sonderfolge achtung achtung wir spielen heute ein online spiel wir machen heute mal mit meinem player hier moment wir ziehen uns erst um das wichtigste überhaupt wir nehmen das hier und bei der hose nehmen wir mal die schwarze genau sehr gut schön ach so warte mal und diese labbrigen dinge da hinten muss ich auch mal ändern sonnenbrille haben wir noch mega scheiße und hier nehmen wir wieder die ob wir sonst noch was schönes bekommen das gleiche gut so gehen wir jetzt ins online dings rhein und spielen tatsächlich mal so eine world tour ich habe das noch nie ausprobiert ist es also mit euch sozusagen das erste mal keine ahnung was daraus wird keine ahnung das wird zwar gucken wir mal saison und wochenstrukturen bei der world tour handelt es sich um den online wettkampf modus und dem player in turnieren gegeneinander antreten dabei spiegeln sich ihre erfolge und misserfolge in saisonalen ranglisten wieder jede woche stehen zwei turniere während der gesamten sieben tage zur verfügung ein drittes turnier findet an den wochenenden statt die turniere wechseln wöchentlich und alle spieler beginnen neue turniere in der allerersten runde wenn du ein match in einem turnier gewinnst kommst du in die nächste runde gewinnst du ein turnier oder verlierst du in einer beliebigen runde ein match wirst du in die erste runde zurückgesetzt und wenn du ein menschen ein turnier gewinnst kommst du in die nächste runde klar gewinnst du ein turnier oder verlierst du in einer beliebigen runde ein match wirst du in die wirst du in die erste runde zurückgesetzt die match variante der world tour ist bester von drei sätzen drei spiele pro satz wo drei spiele pro satz mit super tiebreak tiebreak mit zehn punkten im entscheidenden satz für gewonnene matches erhältst du turnierpunkte die in der übersicht angezeigt werden die turnierpunkte die durch ein kästchen gekennzeichnet sind kannst du nur einmal pro tag erhalten die anderen kannst du wiederholt erhalten schaue also regelmäßig vorbei um die anzahl deiner tp zu maximieren und die ranglisten zu erklimmen mit beginn einer neuen saison werden die ranglisten zurückgesetzt okay so wo wollen wir denn hin müssen bereisen tag endet in zehn stunden neun stunden fünf minuten saison one tag 22 naja guter spiel ist schon ein bisschen was draußen match spielen tutorials ranglisten gott 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 naja jetzt haben wir darauf geklickt also da haben einige doch ordentlich punkte attribute und fertigkeiten es ist wirklich mit my player das ist ja ich der hammer krass so saison aktivität alles null aktivität lebens lang auch schön werte das haben wir alles noch nicht in einer neuen warte das haben wir das noch nicht gut dann würde ich sagen roland garros paris nach prague wir machen da paris paris klingt gut oder hier gibt es ein bisschen mehr punkte egal auf geht's wir schauen mal rein warte auf anderen spieler da ist auch schon aus frankreich kaiser na gut der spielt auf irgendeiner crossplay sache wir schauen uns mal an was er kann oder was ich kann oder was passiert wenn wir gleich verlieren es ist ein magnifischer jungen es könnte sein dass wir gar keine chance haben wir einfach hier völlig aufs maul kriegen aber möchte alles gut wir kriegen einfach nur drauf kein problem warum macht ihr das einfach weiter ist alter okay chill mal deine nuggets ich habe so viel spaß hier soll man gar nicht meinen aber ist wirklich so der hat mega bock der typ hat mega bock wir gucken mal ob es eine belohnung für gibt oh shit ach shit okay satzpunkt naja gut ich weiß auch nicht genau alter warum kann der das denn weiter klicken was soll denn das was soll denn jetzt Okay, 2 zu spät. Ich lasse mir jetzt mal ein bisschen Zeit. Wir verunsichern jetzt mal mit ein bisschen Zeit. Ich habe einen Punkt gemacht. Ich werde verrückt. Ich habe einen Punkt gemacht. Naja, gut. Man muss halt auch mal Erfahrungen machen. Kann man sich am Ende nochmal die Punkte angucken? Also die... Ich würde gerne nochmal... Ah ja, okay, guck mal. 60, 60, 80, 85, 30 und so weiter. Das ist ja mega krass. Okay. Da muss man natürlich sagen... Ja. Ich habe gar nicht die Geschwindigkeit, das zu tun. Ich habe weder die Geschwindigkeit noch die Power, das zu tun. Ja, ein Glückwunsch. Ja, er lässt sich feiern. Naja, das war vielleicht nicht so die beste Idee. Komm, ja. Ihr seht uns seit der Dusche, ne? Das hält ich dir meine Vorhand. Und du mir dann rückgern. Ach, da ist ja wohl geil. Okay. Okay, ich würde gerne wirklich nochmal seine... Asse, der hat einfach mal drei Asse gemacht. Ich würde gerne einfach nochmal seine Wertung sehen. Oh, what? Du hast Stufe 8 erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Das ist nett für vier Minuten Spielen. Challenges. Guck mal, hier haben wir ganz viele Challenges heute gemacht. Das ist ganz so schlecht. Zurück zur World Tour. Oh, Eyes on Me. Okay, pass mal auf. Wir müssen mal reden. Warum kenne ich denn hier bitte schon gegen Leute, die so mega, mega krass sind? Das ist ja so gar kein... Macht ja gar keinen Sinn. Spiel das Viertelfinale. Haben wir schon mal einen Punkt. Hervorragend. Was machen wir jetzt mit unserem Punkt? Turnierpunkte da ein. Was mache ich denn da jetzt mit? Gucken wir mal, was man sonst noch machen kann. Nix, oder sehe ich das irgendwie nicht. Ach, guck mal, da ist World Tour das jetzt. Turnierpunkte ein. Saison-Rande ist 48.449. Rekord Sieg und Niederlage. Naja, ist noch nicht so richtig, was uns da so vorschwebt. Aber ich noch mal gucken. Ich habe neue Attributspunkte bekommen. Hervorragend. Wo wollen wir die reinstecken? Schnelligkeit, ne? Und Power würde ich auch nochmal zwei nehmen. Ja, komm, dann stecken wir die alle da rein. Mann, 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 Mann. Okay. Wir gehen nochmal zurück. Das Ding ist, ich würde gerne wissen, gegen wen ich hier gematcht werde. Und zwar vorher, bevor ich da spiele. Authentifizierung wartet. Okay. 42.34. Das könnte einer sein, den ich noch schaffen kann. Nur kein Stress. Dieses Spiel macht so viel Spaß. Alles klar. Spiegeldetails. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Der sah jetzt nicht ganz so krass aus. Ah ja, der hat schon vorhanden, schon viel krassen Vorhandkrams gemacht. Aber das sieht doch mal fast so aus, als könnte man das schaffen. Oh, wow. Der hat eine coole Frisur. Der sieht insgesamt aber cool aus. Oh, shit. Ah. Zero. Trott. Wir sind noch zu schwach, glaube ich, dafür. Wir sind noch definitiv zu schwach für dieses Spiel hier. Ich sag mal, so ein Spiel holen wäre schon cool, ne? Ja. Also, das könnte man schaffen, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, wir sind noch nicht ganz gut dafür. Okay. Naja, das ist natürlich Glückssache. Er hat nicht so viel Ausdauer, tatsächlich. Was ist das? Oh, wow. Ah. Da kann man halt nochmal sehen, die Vorhandwerte sind da schon ganz anders als meine. Jetzt lassen wir ihn ein bisschen laufen. Wir spielen ihn wieder zu, ne? Wie immer. Ja, da kann man die Arme ein bisschen zu kurz. So, lassen wir ihn mal laufen. Und... Ja, ist krass. Wie sehr er... Hier, entgegen der Laufrichtung. Bam! Es macht schon Spaß. Es macht schon Spaß, tatsächlich. Oh, wow. Da muss ich viel mehr konzentrieren. Aber ist nicht schlimm. Wir haben ja gerade am Ende der letzten Folge auch die Karriere auf schwergestellt. Da kriegen wir natürlich ein bisschen mehr... Oh, shit. Shit, come on. Ja, keine Ausdauer mehr. Sehr gut, sehr gut. Ah, ich find's doof, wenn die mal einfach weiter klicken. Ich weiß schon, dass die da keinen Bock drauf haben. Aber trotzdem. Ja. Arme zu kurz. Ich finde, das weiter klicken dürfte nicht nur eine Person machen. Das müssten beide machen. Ich meine, klar, man muss halt gucken, dass man nicht ewig in so einem Match gefangen bleibt. Aber trotzdem. Juhu! 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 Ja, mach ruhig noch einen, komm, mach ruhig noch einen. Ja. Ach, so ein Spiel gewinnen, wäre schon cool, ne? Da würde ich mich in den halben Abend feiern und mir erstmal einen Gin Tonic dafür aufmachen, aber hey. Ich habe es jetzt hier mit echten Tennis-Profis zu tun. Ich glaube, ich höre schon, wie es denen abgeht, ey. Aua, ich habe, oh, da habe ich mich mit dem Fuß so geknickt. Ich rutsche dann über, es ist auch noch, es ist auch noch hier Sand, ne? Also, das mag ich ja gar nicht. Naja. Sehr schade. Aber ich, vielleicht, und wenn ich nur so eine kleine Herausforderung für ihn bin, ne? Ja. Oder auch nicht. Ich bin nicht schnell genug. Ich bin überhaupt nicht schnell genug. Nicht mal im An... Alter. Ja. Ich respektiere das. Ach, hoi je. Okay, herzlichen Glückwunsch. Du bist weiter, du hast einen Punkt gemacht. Finde ich gut. Feiern tue ich dich jetzt nicht. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir kriegen doch mal 180 Punkte. Also hier kann man auch noch ein bisschen leveln, das finde ich gar nicht so schlecht. Belohnung gibt es keine. Wir gucken uns einfach mal direkt an, was es sonst noch gibt. Aber wir hätten nochmal in den Dings gucken können. Naja, egal. Also, jetzt habe ich schon einen Turnierpunkt. Den habe ich jetzt auch schon. Finalsieg wiederholen kann man so oft wie man will. Aber den Punkt für das Finale, da habe ich noch nicht. Ach so, das könnten wir noch machen. Und Casablanca könnten wir auch noch machen. Ich verstehe. Aber der Tag endet in 8 Stunden. Ich würde mal sagen... Das war mal eine nette Erfahrung. Aber für jetzt... Entschuldigt bitte. Für jetzt, glaube ich, bleiben wir mal bei unserem MyCareer. So sehen wir uns also in der nächsten Folge wieder. Zu einer ganz normalen Folge. Ich danke fürs Zusehen. Macht's gut.